alles aufnehmen und alles hochladen. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Also vielleicht kommt eins von den dreien heute nicht, aber das hier ja auf jeden Fall. Ja, ja, ja. So. Und jetzt erstmal da drauf. Ich hab schon wieder vergessen, was danach kam. Ah ja, genau. Yes. Nein! Oh, fast schon direkt wieder runtergefallen. So. Nochmal. Scheiße. Nein! Fuck! Oh, wenigstens sind wir nicht weiter runtergefallen. Dann hätten wir nämlich die ganze Scheiße nochmal machen müssen. So wie jetzt. Ja, ja, das hatte ich relativ bitter. Aber egal, den unteren Teil habe ich ja jetzt schon wieder fast komplett drin. Zumindest bis zu dieser Ecke hier. Diese Ecke hatte ich ja irgendwie noch nie so richtig. So. Und jetzt wieder konzentrieren. Ja. Geschafft. Und. Das war nicht ganz so geschafft. Deswegen. Auf geht's! Nach unten. Toll. Oh, das war wieder knapp fast runtergeflogen. Schade. Schade. Schade, schade. Schade. Da ist wieder verkackt, mal zu gucken, wohin ich jetzt springe. Ja, da war einer von den angekündigten Mustern, die noch mal kommen würden, wie ich ja gesagt hatte. Nochmal die Aktion. Ist noch da. Dann ein bisschen davon weggucken. Oh. Nein, nein, nein. Alles du fährst. Schuld. Scheiß Pferd. Alles du fährst. Scheiß schuld. Ja, das stimmt auch. Alles du fährst. Scheiß schuld. Hm. Mal schon ein bisschen anders an, aber. Warum bleibt man da immer hängen irgendwo da? Check ich nicht. Egal. Merkt ihr vielleicht auch in der Aufnahme oder vielleicht auch gar nicht? Bei dem Sprung jetzt, bei dem hier, bleibe ich manchmal. Kann ich mal irgendwie hängen. Nein, diesmal nicht. Wieder da drauf. So, mal geschafft. Jetzt wieder. Nein. Oh, schade. Ja, ja. Steht ja immer noch übrigens die Frage aus. Guck, da bin ich hängen geblieben. Steht übrigens immer noch in Assassin's Creed die Frage aus. Ich sag das jetzt auch nochmal hier. Um die daran zu ändern, die überhaupt Assassin's Creed gucken. Dass, ähm, ja, immer noch gesagt werden müsste, ob wir das komplett spielen wollen. Oder nur die Story. Die Grundstory, meine ich jetzt. Mann. Könntet ihr ja auch mal sagen. Also, alle, die es nicht wissen, ich let's play auch Assassin's Creed. Eins im Moment. Die anderen werden folgen. Habe ich schon versprochen. Oh, eine Feuer-Akobra. Ich weiß gar nicht, ob es sowas in echt gibt. Feuerschlangen. Oh, Mann. Stürb, Smarty. Nein. Tot. Wie der nur so vollstatisch umfällt. Mal sehen, ob ich so vielleicht besser klarkomme. Ja, ne. Könnt ihr ja auch mal sagen, wie ihr meinen Skin findet. Und wenn ihr wissen wollt, wie ihr euch einer stellt, dann mach ich euch ein Tutorial. Wenn ihr das gerne hättet. So, wieder die Stelle hier geschafft. Nein, nein. Oh, Mann. Also. Auf zum Skin-Liken oder Disliken. Und wenn ihr nicht mögt, dann sagt mir doch mal, was ihr besser fändet. Für eine Art Skin. Ob ich ihn lieber genauso machen soll, wie ich bin. Oder zumindest sehr ähnlich. Ich muss ja eben den Tag wieder machen. Oder ob ich ihn lieber komplett abstrakt machen soll. So ein Creeper oder sowas. Sagt es mir halt mal. Aber wenn ich es mir nicht sage, dann lasse ich es einfach so. Und dann kann ich es mir auch nicht ändern. Dann mache ich es so, wie es mir gefällt. Und dann müsst ihr damit leben. Aber so habt ihr natürlich die Chance, mir zu sagen, was ich ändern soll. Oder was ich nicht ändern soll. Oder ob das gut ist oder schlecht. Ich vergesse immer zu springen. Was scheiße ist das, war? So richtig blöd. Doof. Fuck. Tschüss, liebe Welt. Loll. Hauptsache, wenn man die Sicht geändert hat, dann fällt der jetzt so zur Seite um. Dann fällt er so nach hier. Nach da. Aber wenn man die Sicht nicht geändert hat, dann fällt er nicht zur Seite um. Das ist irgendwie komisch. Ich verstehe das nicht. Weil wenn man die Sicht nicht geändert hat, dann ist der Arm immer noch an der gleichen Stelle wie sonst auch. Jetzt zum Beispiel. Der Arm ist immer noch da. Aber wir sind nicht umgefallen. Und wenn ich gleich nochmal sterbe und die Sicht ändere, wenn ich daran denke, dann kann ich euch nochmal zeigen, der fällt um. Und dann müsst ihr hier rein theoretisch, ja, hier ist er umgefallen. Müsst ihr rein theoretisch auch umfallen, wenn die Sicht so ist. Ich kann mal versuchen, gleich die Sicht nochmal in die dritte Sichtweise zu machen. Das ist natürlich mysterious. Mysterious, mysterious. Mysterious. Naja, eigentlich nicht. Dieser Block hier, der macht mir Angst. An dem bleiben wir immer hängen, obwohl da nix ist. Das ist auch nochmal gut gemacht. Mal sehen, ob wir diese Adventure-Map noch schaffen, bevor ich in Urlaub bin. Nächsten Mittwoch bin ich nämlich weg. Da fliegen wir. Ne, am Donnerstag fliegen wir. Aber Mittwoch kommt dann wahrscheinlich die letzte Folge. Folge. Also müssten wir jetzt rein theoretisch bis dann geschafft haben. Jetzt. Ah, da fällt auch um. Weil ich dann weg bin für die restlichen vier Wochen meiner Sommerferien. Ich weiß ja nicht, wann eure Ferien sind. Aber wir in NRW haben ja Sommerferien seit jetzt, wenn die Folge hochgeladen wird, wahrscheinlich seit drei, ne, seit vier Tagen. Also auf jeden Fall seit Anfang letzter Woche. Also seit Montag. Wochenende zählt ja nichts für den Ferien. Aber wenn ihr nicht in NRW seid, dann interessiert es mich mal, wo ihr denn wohnt. Finde ich schon interesting, mal zu wissen, wo denn meine Zuschauer wohnen. Also zumindest die, die ich nicht persönlich kenne. Bis jetzt sind es natürlich die meisten, kenne ich nur persönlich und nicht nur über YouTube. Aber es gibt auch inzwischen auch welche, die ich nur über YouTube kenne und das finde ich gut. Das zeigt, dass ich nicht ganz so scheiße sein kann. Oder ich bin es doch und ihr traut es nur nicht.